Herzlich Willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt und auch herzlich Willkommen zu der täglichen Dosis Trashy. Da gibt es täglich neue Videos zu Trashyken-Themen und diesmal geht es um meine Lieblingsfamilie auf Instagram. Eine Familie, die es schafft, die Kinder einem Millionenpublikum zu Gemüte zu führen, kann man das so sagen. Ja, Spaß beiseite. Es geht heute um Team Harrison. Ihr habt es ja am Thumbnail und auch schon am Titel gelesen. Und ich denke, es ist jetzt auch Zeit dafür, dass ich die neue Playlist euch auch vorstelle zu den Harrisons in Zukunft. Ich denke, die werden genug Themen uns in den nächsten Monaten bieten und da einige wegen der Bachmann und dem Wendler meckern, dass das jetzt hier sehr oft in den Videos Thema ist, kann ich auch verstehen, werde ich das nochmal zusätzlich neben dem Anne-Wünsche-Thema und noch ein, zwei anderen Playlists, die ich hier habe, dazu integrieren, weil ich glaube, da kommt noch mehr auf uns zu die nächsten Monate, denn ihr habt es ja am Titel schon gesehen. Es geht heute wirklich auch mal wieder um die Töchter. Ihr könnt aber nichtsdestotrotz mir eine große Hilfe sein, indem ihr bei Twitter und bei Instagram, anstatt das in den Kommentaren zu schreiben, Mensch, das Video mag ich nicht und das mag ich nicht. Ich habe es vernommen, ich verstehe das auch, dass manche vielleicht gewisse Themen nicht sehen können, zwei, drei Mal in der Woche. Ich mache das für die Leute, die die Videos sehen wollen. Für die anderen Leute, die es nicht sehen wollen, guckt dann halt andere Videos. Ich denke, es gibt hier genug andere Themen. Mir wäre es eine große Hilfe, wenn ihr mal bei Twitter und Instagram immer auch Themen schickt beziehungsweise Vorschläge macht oder in den Kommentaren dann sagt, ja, okay, das Video ist jetzt nicht so meins, aber wie sieht es denn mit dem und dem Thema aus? Das würde mich mal interessieren. Das ist mir eine größere Hilfe, als dann zu sagen, oh, nicht schon wieder die Bachmann, ich kann es nicht mehr sehen. Also, ich weiß nicht, das hilft dann irgendwie nicht so sehr, macht dann irgendwie auch nicht mehr so Spaß, die Kommentare zu lesen. Ansonsten geht es jetzt heute um Team Harrison, also eine neue Playlist mit neuen Themen. Sie waren ja in den letzten Monaten immer schon mal Thema bei mir und ich glaube, die werden noch sehr viel Stoff bieten. Was ich sehr schade finde, wenn ich mir das von vorn außen angucke, dass die privatesten Momente, ob es jetzt die Bescherungen an Weihnachten, Geburtstage der Kinder und Co. angeht, dass es immer darum geht, ein Video für YouTube zu machen und schön bei Instagram Winke, Winke zu machen. Und ja, die Kinder sind ja so ganz niedlich und klar kann man auch mal Momente festhalten oder sich das für sich nochmal mitfilmen, ja. Aber das einem Millionenpublikum dann teilweise, ja, zu zeigen, finde ich so ein bisschen fragwürdig, ja. Zumindest jetzt die privatesten Dinge. Ich muss auch sagen, Sarah Harrison, da könnte man schon fast ein eigenes Video zu machen, ist mir sowieso so ein bisschen suspekt. Ja, wenn man sie sich jetzt anguckt, wie sie jetzt bekannt geworden ist, dann kann man sich auch die Frage stellen, hat ja der Manager ein bisschen, ja, bei RTL Druck gemacht und gesagt, Mensch, die muss mindestens vierte, fünfte, sechste werden beim Bachelor und die muss hier möglichst viele Follower abgrasen. Mit der haben wir noch was vor. Oder was war jetzt so im Trash-TV ihre Aufgabe? Ich fand die immer relativ langweilig. Und beim Bachelor hat man auch gemerkt, dass der die, glaube ich, jetzt gar nicht so toll fand. Aber die kam relativ weit. Ich glaube, die ist fünfte oder dritte geworden. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall relativ weit gekommen. Und irgendwie hatte das so ein Melanie-Müller-Vibe, ja, die auch sehr weit gekommen ist, aber wo man eigentlich die ganze Zeit wusste, okay, die ist dann nur so ein bisschen für Show und hat da anscheinend die richtigen Connections. Auf jeden Fall wirkte das jetzt so auf mich. Ja, später hat sie dann im Trash-TV noch hier und da mitgemacht. Dann sich ein Imperium mit dem Mann Dominik aufgebaut und dann die Kinder bekommen. Man muss ja sagen, bei Instagram hat das echt super funktioniert. Muss man der ja lassen. Sie hat sehr viel Kritik auch aufgrund, ja, des Auswanderns nach Dubai bekommen, wo ich auch gesagt habe, okay, wenn man jetzt hier so viel Geld verdient in Deutschland, dann kann man ja auch eigentlich ein bisschen Steuern zahlen. Ich kann es aber mittlerweile auch ein bisschen verstehen. Wenn man 50.000 oder 100.000 im Monat verdient und die Hälfte geht an den Start, dann ärgert man sich natürlich so ein bisschen. Andererseits, ja, ist es mehr als genug Geld, glaube ich, was die dort verdienen und wäre vielleicht auch ganz fair, wenn man das meiste Geld jetzt in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum verdient, dass man dann hier auch ein paar Steuern mehr zahlt. Aber nun gut, muss jeder selber wissen. Ich weiß auch nicht, wo mein Weg hinführt. Nach Dubai würde es, denke ich, nicht sein. Finde ich jetzt nicht so spannend. Abgesehen davon, dass die Menschenrechte dort auch mit Füßen getreten werden, wäre das jetzt nicht so das, was ich mir jetzt außerhalb eines Urlaubs wünschen würde. Also ein Urlaub für eine Woche oder zwei, sich das mal angucken. Okay, aber jetzt da leben, weiß ich nicht. Ich mag auch so eine übertriebene Hitze nicht. Aber kommen wir jetzt auch eigentlich zum Thema des Videos, bevor ich wieder total abschweife. Es geht heute darum, dass die sich wünschen, dass die kleinen Kinder, Mia ist jetzt 4, die älteste Tochter, das Imperium, das Familienunternehmen übernehmen, beziehungsweise Influencer werden. Jetzt ist da jetzt kein Datum genannt bei diesem Artikel, verlinke ich euch auch unten in den Quellen, dann könnt ihr nochmal komplett lesen. Das hat jetzt kein Datum genannt, ja, Mia wird 5 und dann macht die ihren eigenen Instagram-Kanal. Ich könnte es mir allerdings vorstellen, dass das möglichst bald auch der Fall sein wird. Denn es ist nicht unklever, die Kinder da ran zu führen. Ich finde es auch in Ordnung, wenn man Kinder fördert. Ja, das sage ich auch immer bei Anne Wünsche. Ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn ein Kind singen möchte, dass man dem Gesangsunterricht vielleicht zahlt oder ein Instrument das Kind dem beibringt oder eine Musikschule finanziert oder denen ein Fußballverein steckt, den Jungen, wenn er das will oder den Mädchen, Fußballschuhe kauft, wenn die sich dafür interessiert. Das ist vollkommen in Ordnung, ja, aber es ist immer so ein schmaler Grat zwischen Fördern und dann Pushen und der Fußball, der die seien, der es selbst nicht geschafft hat und irgendwie das Kind dazu nötigt, dann auch Profi zu werden oder Profi zu werden, was der Vater eigentlich geschafft hat. Das gibt es ja oft so sehr ehrgeizige Leute, ich kenne das selber aus einem Fußballverein, wo dann die Väter da draußen standen und da rumgebrüllt hatten, da ging es um gar nichts am Ende. Irgendwie war das mehr oder weniger Hobby, was das da damals war. Klar war das eine Staffel oder eine Tabelle und dann war es natürlich besser, wenn man irgendwie Erster oder Zweiter oder Dritter wurde am Ende, anstatt Zehnter zu sein, aber am Ende ging es da um nichts. Dann haben sich Leute das Kreuzband gerissen und verletzt in der Zeit, wo ich mich auch gefragt habe, also am Ende vollkommen sinnlos. Also da wird vielleicht einer von tausend oder zehntausend Leuten Profi, die Fußball spielen. Das ist nun wirklich, ja, die Chance relativ gering. Und da wurde ein Tromborium drum gemacht. Und um jetzt wieder den Bogen rumzubekommen zu den Töchtern, die sind jetzt noch so klein. Und klar ist jetzt noch kein Datum genannt, aber ich sehe es schon kommen, dass die wirklich die nächsten Jahre damit anfangen. Weil man muss ja auch sagen, das Internet ist ein schnelllebiges Geschäft. Wir haben alle vor zehn Jahren, glaube ich, Facebook noch ziemlich gefeiert und dachten, Mensch, cool, da kann man Sachen posten, man kann sich connecten. Das ist ja vollkommen cool, quasi modernes E-Mail-Postfach, wo man dann mit den ganzen Freunden sich connecten konnte. Man hatte ein paar Profilbilder, das war wesentlich schicker, als jetzt eine E-Mail zu schicken. Und man konnte sich da austauschen, man konnte irgendwelchen berühmten Leuten folgen. Und dann wurde alles an die Wand gefahren von Facebook. Wer benutzt das heutzutage noch ernsthaft? Sicherlich, man scrollt da mal durch und vielleicht kriegt man hier und da mal eine Nachricht. Aber viel ist da jetzt nicht los und ich bin da auch gar nicht mehr aktiv. Instagram hat das Ganze ja abgelöst, gehört dem selben Typen und dem selben Kauz. Mark Zuckerberg hat sich ja da alles an den Nagel gerissen, was nicht bei drei auf dem Baum war. Das war sehr clever. Aber Instagram ist, denke ich, mit TikTok jetzt gerade so das Gehypteste. Und YouTube, diese drei Plattformen. Und ich glaube, YouTube wird sich halten, weil es die zweitgrößte Suchmaschine neben Google ist. Und YouTube gehört auch noch zu Google. Also die waren auch sehr clever. Also das ist auch einfach mal ein sehr cleverer Move gewesen. Und jeder, der ein Video sucht, guckt bei YouTube in der Regel. Man guckt das jetzt nicht auf Clipfish oder so, sondern in der Regel dann schon bei YouTube. Und ein Tutorial sucht auf YouTube. Dann bei Instagram, wenn man nach einer berühmten Persönlichkeit sucht und man will sich irgendwie die mal angucken, was hat die denn für so viele Bilder gepostet, guckt man meistens bei Instagram dann. Guckt ja keiner mehr auf der Webseite von Heidi Klum vorbei, falls sie überhaupt eine hat, sondern guckt dann bei Instagram, was macht die denn gerade. Und die Stories sind natürlich sehr interessant. Hält sich das jetzt allerdings noch die nächsten 20 Jahre so? Da wage ich zu bezweifeln. Also ich glaube, da kommt irgendwann nochmal was wesentlich Geileres. Klar kann man es auch immer updaten. Und Instagram ist dann immer noch total hip und cool. Ja, sagt man hip. Oh nee, das klingt jetzt auch eher sehr Oma-mäßig. Aber ist das dann noch total angesagt? Sagt man angesagt? Doch, egal. Auf jeden Fall, Spaß beiseite, ist das dann halt, glaube ich, so, dass viele, wenn die es dann überhaupt noch nutzen, entweder sich das Ganze vielleicht auch gar nicht mehr so gehalten hat. Also ich hoffe, dass die Leute in 10, 15 Jahren wesentlich schlauer sind, obwohl es jetzt auch nicht so wirkt, dass durch TikTok verblöden die Leute, glaube ich, auch extrem, dass die Leute dann halt immer wieder aufs Neue drauf reinfallen und irgendwelche Gummibärchen oder Schokolade für die Haare sich dann in Zukunft kaufen. Ja, mit dem Rabattcode Gavinci könnt ihr 40% sparen. Ja, dann könnt ihr hier mit den Schokowürfeln von Rittersport so Haare wie ich bekommen. Ne, also ich kann mir jetzt nicht wirklich vorstellen, dass sich das jetzt noch die nächsten 20 Jahre so in dem Maße hält. Ich kann mir aber vorstellen, dass es durch Updates und weitere Versionen von Instagram dann vielleicht ein bisschen anders aussieht als jetzt. Und trotzdem ist es immer noch Leute gibt, die damit sehr gutes Geld verdienen. Mit Reichweite hat sich immer Geld verdienen lassen. Allerdings hat man früher halt ein gewisses Talent gebraucht. Man musste singen können, Schauspieler, ein guter Sportler sein oder wie auch immer. Heutzutage reicht es ja aus, eine Sarah Harrison zu sein. Und das ist dann halt schon wieder die Sache, die es für die Normalus erreichbarer macht. Und ich glaube, das ist auch so das Geheimkonzept an der ganzen Geschichte, aber irgendwie auch schon wieder sehr traurig. Bevor ich jetzt komplett den Faden verliere, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es vielleicht sowas wie Instagram noch gibt. Vielleicht gibt es auch Instagram als solches dann noch. Und das ist vielleicht immer noch so erfolgreich wie jetzt. Aber ob das jetzt in 10, 20 Jahren, wenn die Kinder halt auch so in den 20ern sind, dann auch immer noch so funktioniert, ist halt die Frage. Ich kann es mir vorstellen. Es wäre aber irgendwie auch traurig, wenn es immer noch genauso funktioniert wie jetzt. Denn man merkt, es wird immer mehr Leute geben, die skeptisch werden, die sowas nicht mehr kaufen. Die sagen, nee, auf sowas falle ich nicht rein. Oder nee, das ist doch vollkommener Quatsch, da überteuerte Produkte zu kaufen. Es wird immer mehr Aufklärungsleute geben, die Videos darüber machen oder halt auch auf Instagram aktiv sind, was ich sehr cool finde. Und die Leute aufklären, dass man halt keine Gummibärchen, ein bisschen Biotin für 70 Euro braucht. Also da sollte man dann vielleicht eine Brausetablette nehmen, das bringt es genauso. Und kann normale Haribo-Goldbeeren essen, die einen Euro kosten im Supermarkt. Ich denke, das wird genauso helfen für die Haare. Und das ist wesentlich günstiger. Ansonsten ist es natürlich clever, die Kinder daran zu führen, weil klar, ist leicht verdientes Geld. Und ich denke, die Eltern werden es auch machen. Ich finde es nur sehr schade, weil wenn die Kinder jetzt zu früh daran geführt werden, noch ist es ja nicht so weit, dann geht es jetzt schon über diese Video- und Instagram-Geschichte der Eltern nochmal hinaus. Dann wird halt auch nochmal darüber Geld generiert, dass die Kinder halt ihren eigenen Content kreieren. Und das ist jetzt schon grenzwertig bei denen. Und ich könnte mir vorstellen, das wird noch ganz schlimm enden, dass die da wirklich mit 5, 6, 7, 8 oder 10 oder 12 Jahren, wenn die sich ein bisschen besser artikulieren können, die Kamera selber führen und durch die Weltgeschichte jetten und sagen, ja, ich bin es jetzt. Und das ist, glaube ich, auf Dauer vielleicht leicht verdientes Geld, aber die Privatsphäre wird dadurch überhaupt nicht geschützt. Und was das dann mit dem Kind macht, bleibt offen. Man sieht es häufig, dass Kinderstars als Erwachsene sehr, sehr schwierige Phasen durchleben und meistens sehr unglücklich sind oder lange brauchen, um das alles aufzuarbeiten, was sie in der Kindheit alles erlebt haben. Von daher bin ich da kein Fan und bin eher dafür, dass man Kinder schützt, gerade die eigenen und die aus dem Internet so gut es geht raushält. Ja, mal ein Bild posten oder mal in der Story vorkommen lassen, okay. Aber wenn das dann in so eine Richtung geht, dass die wirklich zum Content werden und zum Thema und da privateste Dinge ausgesprochen werden, kann ich das nur zum 100. Mai auch nochmal sagen, geht das gar nicht. Das soll es dann mit diesem ersten, oder ja, ich habe ja schon mehrere Videos über die Harrisons gemacht, aber mit dem ersten für die Playlist und ich werde die anderen dazu adden, zu dem Thema Team Harrison. Und dann könnt ihr gerne auch noch Vorschläge machen, was euch vielleicht zu dieser Familie auch interessiert oder was da für Skandale waren. Könnt ihr auch nochmal ein längeres Video für den DaVinci-Kanal machen, wenn ihr Bock drauf habt. Und dann, ja, bin ich gespannt. Bleibt auf jeden Fall am Ball. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis morgen und ciao, ciao. Bis morgen. Bis morgen. Untertitelung des ZDF, 2020